Ryder, random start. Ryder, be ready, watch the game. Ryder Stahls Nr. 03, Sidney van Wigelen, die kurzzeitig Position 2 innehat, jetzt aber auf Position 3 fährt und sich der Svenja Ponsen aus Erlangen erwehren muss. Schauen wir mal, was da vorne abgeht. Die Smeda Päckner hat eine sehr gute letzte Kurve gefahren, inne durchgefahren, natürlich war dann der Schwung weg, Sieger Carina Entlein. Jetzt geht's rund. Alle, die noch sitzen, bitte aufstehen. Jetzt seht ihr das, was ihr nicht so oft seht. Ihr seht acht Top-Fahrer aus Deutschland hier.